Wenn bei deinem gewünschten Bachelor-Studiengang diese Bewerbungsart verlangt wird, schaust du zunächst, ob die Einschreibephase schon begonnen hat. Wenn ja, gehst du folgendermaßen vor. Folge dem Link Bewerbung Einschreibung. Hier wirst du zu unserem Bewerbungsportal geführt. Alternativ erreichst du das Bewerbungsportal über dickstuhhhu.de. Starte über den Button für BewerberInnen. Solltest du zum ersten Mal auf dem Portal sein, musst du dich zunächst registrieren. Wenn du das bereits gemacht hast, loggst du dich hier oben ein. Starte eine Bewerbung. Wähle deinen gewünschten Abschluss- und Studiengang, sowie das Fachsemester, in dem du beginnen möchtest. Wo hast du dein Abitur gemacht? Warst du dieses oder letztes Semester bereits an der HHU eingeschrieben? Bestätige, dass deine Angaben richtig sind und gib deinen Antrag ab. Jetzt kannst du dich immatrikulieren, also für den Studiengang einschreiben. Auf den folgenden Seiten musst du deine Daten vervollständigen. Viele Angaben wurden aber bereits aus deinem Account übernommen. Ist die dir hier vorliegende Adresse deine Heimatanschrift oder dein neuer Wohnort für das Semester, wie zum Beispiel dein Studierendenwohnheim? Du kannst auch eine zweite Adresse hinzufügen. Stimmt die E-Mail und Telefonnummer noch? Auch hier kannst du noch weitere Kontaktmöglichkeiten hinzufügen. Wo hast du dein Abitur gemacht? Hast du früher schon einmal studiert? Wenn ja, fülle bitte diese Felder aus. Wenn nein, klickst du einfach auf Weiter. Bist du im kommenden Semester schon an einer anderen Hochschule als Haupthörer eingeschrieben? Hier kannst du relevante, frühere Auslandsaufenthalte vermerken. Besitzt du schon einen Hochschulabschluss? Angaben zur Krankenversicherung. Gib an, ob du pflichtversichert bist. Trage deine Versichertennummer ein. Und deine Krankenkasse. Dein Heimatkreis wurde aus deinen bisherigen Angaben übernommen. Hast du Berufsabschlüsse oder für das Studium relevante Praktika absolviert? Nur noch ein Klick und dein Antrag auf Immatrikulation ist abgesendet. Jetzt musst du noch den Semesterbeitrag überweisen. Beachte dabei die Frist und kopiere die bei dir angezeigte Nummer in den Verwendungszweck der Überweisung. Außerdem brauchen wir noch einige Dokumente von dir. Diese kannst du hier hochladen. Du musst nur in den Feldern Dokumente hochladen, die mit einem Sternchen versehen sind. Wenn du deinen Antrag auf Immatrikulation über Dickstuh eingereicht hast, erhältst du nach einigen Wochen, wenn die HHU den Antrag geprüft hat, eine Mail mit der Aufforderung, dich in Dickstuh einzuloggen. Dort erfährst du, ob du eingeschrieben, also immatrikuliert bist. Hier rechts oben siehst du deine Matrikelnummer. Alternativ findest du sie über das User-Icon. Falls du deine Immatrikulation aber nicht über Dickstuh beantragt hast, erhältst du deine Matrikelnummer per Post. Übrigens, viele wichtige Informationen findest du bereits jetzt auf hhu.de-Studienstart und in der App HHU-Ersti-Guide. So zum Beispiel Termine für Einführungsveranstaltungen und Ansprechpersonen für deine Fragen. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir einen guten Start ins Studium.